Hey Freunde, was geht? Entschuldige ich die Aufmachung, aber es sind gefühlt eine Phantastilliarde gerade in Berlin gerade und ich halte es anders nicht aus. Ich habe es schon nach hinten geschoben. Es ist so viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. Das ist der absolute Wahnsinn. So, wir müssen mal gucken. Ah, schön. Wir waren direkt vor einem Boss stehen geblieben. Das kann nicht euer Ernst sein jetzt, ne? Come on, give me a break. Okay. Was soll schon schief gehen? Hi. Ach so, ich habe es. Ach so, ich habe es. Was ist denn da los? Wirft er nicht gleich nach dir? Alles cool. Alles cool, alles cool. Ich habe alles unter Kontrolle, außer die Sachen, die ich gerade nicht unter Kontrolle habe. Wuhu! 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 Ich glaube ich bin gestorben! Freunde. Cool! Cool. Wuhu! 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 Wir bleiben ganz chillig Oh, oh! Oh, oh! Okay. Ja, ist gut, dass das so anfängt Der Sache würde ich gerne ausweichen Freunde, also das Wenn wir das nicht schaffen, das wäre ja gelacht Ja, ist gut, dass das so anfängt Du darfst dich ein bisschen schneller bewegen Komm schon! Komm schon! Ich konnte nicht wegrollen, weil in dem Augenblick mich da so eine scheiß Leiche getroffen hat. Das ist auch ein Satz, den ich nicht gedacht hätte, den ich jemals in meinem Leben sagen werde. Aber das ist machbar, Alter. Mästel! ein bisschen hey come on give me a fucking break come on Was? ich muss mir irgendwas einfallen lassen ich muss mir was es ist es ist es 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 Ja! 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 Shit! Bro! Woohoohoo! Ja, verdammt! So läuft das hier! Hahaha! Ich hätte es nicht besser sagen können, Freunde! So läuft es hier! Holy shit! War das unangenehm! Das passt nicht mehr rein! War das unangenehm! Meine Tasche ist voll! Aber habt ihr gesehen? Ich muss zugeben, das erste Mal, wo er mit der Zunge zugehauen hat, oder was auch immer das da war. Da bin ich gar nicht ausgewichen, ne? Da haben wir Glück gehabt, dass da so ein Pfeiler in der Mitte im Weg war. Holy shit, Alter! Puh! Ich brauche mehr Ausdauer, Freunde! Ich brauche viel mehr Ausdauer! Viel mehr! Noch viel mehr! Ich konnte mich nicht mal mehr daran erinnern, dass wir an der Stelle aufgehört hatten. Aber ich weiß, dass wir nur, äh, glaub eine Folge oder zwei Folgen aufgenommen hatten. Potten? Denn, ähm, es gab hier den, den Patch. Mittlerweile gab es schon wieder ein Patch und so. Ich bin super eingespannt. Hahaha! Hallo? Man merkt's gleich, wie ich mit der Steuerung ein bisschen zu kämpfen hab grad. Großartig! Das wird ja immer besser! Das war sie, ne? Die Schattenweberin! Die Schattenweberin! Denn um die ging's doch hier letztlich. Der sind wir doch die ganze Zeit hinterher und eigentlich sind wir ja hier... Tribut des Seelenschlüssels. Wer der was? Ein Herz der Drahn, das in ein dickes, klebriges Netz gewickelt wurde. Es zittert in deiner Hand. Ganz so, als ob es verzweifelt versucht, weiterzuschlagen. Wer denn? Süße Schwester! Göttin der Träume! Genießerin der Albträume! Haben diese verdrehte Welt dich so sehr verändert? Welten? Oder haben sie nur enthüllt, was ich nicht sehen sollte? Okay. Ich weiß nicht, von wem das geschrieben wurde, aber wir haben ja schon gehört, dass sie eigentlich eine Göttin der Fae war, ne? Die dann einfach nur fehlgelandet ist. Nur! Und dann alles und jeden um sich rum zerstörte. Einfach so. Weil es grad gepasst hat. Ich guck grad, die hatten ja gesagt, dass man jetzt mehr Altmetall bekommt. Was für uns sehr gut ist. Denn wenn wir was brauchen, dann ist es mehr Altmetall. Ich hasse den Sommer so sehr, ne? Du nimmst du was Kaltes aus dem Kühlschrank, ist gleich Fehler Nummer eins. Wenn du was Kaltes aus dem Kühlschrank nimmst, ich weiß nicht, ne, das seht ihr nicht. Aber das ist... ... ... ... ... ... Sie vegetieren dich. Wie ein Beruhigungsmittel. Oh no, hier sind wir. Wie bald verrückter. Eine Plage der Wahnsinnigen. Das war der Raum, in den wir nicht reingekommen sind. Patient Nummer 206. Wahnvorstellung und chronischer Wahnsinn. Redet von Monstern und Dämonen. Mag Werkzeuge, um sie zu besiegen. Vorgeschlagene Behandlung. Therapiegruppe zweimal pro Woche. 50 Milligramm Dozopion. Jeden Morgen begrenzter Zugriff auf Spielausrüstung. Weißt? Keine Erwähnung von Böse oder Quests, während die Tür offen ist. 100 Milligramm Oxoprodol. Alprapin. Würde ich nämlich auch verschreiben. Humanische Episoden bereithalten. Patient 199. Akute Wahnstörung. Versuchsperson ist meistens in sich zurückgezogen, zeigt jedoch gelegentlich milde Hysterie und Wutanfälle. Empfohlene Behandlung. 25 Milligramm Oxoprodol. Alprapin. Zum Frühstück und Abendessen. Vor Verlegung der Versuchsperson sollte diese auf spitze Objekte durchsucht werden. Patient Nummer 183. Katatonisch. Muss täglich gefüttert werden. Also Katatonisch heißt ja glaube ich nicht ansprechbar. Also gar nicht so. Empfohlenes Behandlungsregime. Täglich 100 Milligramm Pentostril. 10 Milligramm Trililamin. Mit jeder Mahlzeit. Einmal pro Woche Elektroschock-Therapie. Beobachten und alle 6 Stunden bzw. jede Stunde nach den Elektroschocks Befunde dokumentieren. Es ist schon ein kleiner Unterschied ob nun alle 6 Stunden oder jede Stunde. Ha? Alle 6 Stunden oder jede Stunde. Ich vermisse sie. Sie brachte mir Süßigkeiten. Ich hab's gesehen. Sie haben es gesehen. Warum haben sie nichts unternommen? Warum? Ich hab ihm dabei zugesehen. Er riss ihr das Bein ab. Ich hätte etwas tun sollen. Ich hätte was tun sollen. فسgar. Haha, ich bin dabei. Hallo? Tötet die Eindringer. Haben wir das gelesen schon? Ah ja, das war, wo sie langsam auch angefangen hat durchzuknallen, ne? Sie war die Einzige, die mich verstanden hat. Okay, ich glaub, lass mal kurz gucken, wir müssen nach unten. Immer schneller in den Keller. Weißt du nicht mehr? Weißt du nicht mehr? Bin ich eingenickt? Bist du aufgewacht? Du wirst mich wecken, falls ich einschlafe, ja? Ja? Na klar, du kannst dich auf mich verlassen. Hehe. Okay. Ich hab ne Frage. Für was ist das hier? Dr. Maures Schicksal wäre auch ohne das Zusammenpflegten der Welten, also die Einzige, die inhalt war keine Familie. Irgendwas können wir definitiv damit noch machen vorne. Vielleicht brauchen wir das, äh, um der Nachbeberin zu zeigen. Vielleicht machen wir so, hier guck mal. Hehe. Ich weiß auch gar nicht mehr, waren wir schon? Wir sind in der Anderswelt. Na, Kampferverhalten Traumfänger. Okay. Das ist random gewesen gerade. Müssen wir uns demnächst mal angucken, die Waffe. Ich bleib jetzt aber erstmal bei unserer Waffe. Okay. Power Level 6, Freunde. Wir gehen definitiv erstmal nach Hause. Power Level 6. Und unser Power Level ist was? 5, das ist gar nicht so schlecht. Verschwende nur nicht meine Zeit. Verschwende du nicht meine Zeit. Alles klar, dann lass mal sehen. Korrosivpatronen. Verdorbenes Sekret. Mit säureversehene Munition. Okay. Okay, wir sind hier fertig. Ja, das kann ich für dich tun. Du musst mir helfen, Mann. Ich muss auf ein anderes Power Level. Oh, guck mal, Alter. Um das aufzuwerten, brauchen wir Luminitkristalle. Ja. Du weißt, wo du mich findest. Ich bin... Ja, komm, Power Level 5 reicht, oder? Haben wir denn in den Waffen... Rand Munition Zeitraffer finde ich jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ich weiß, das ist eine Mod, die wir extra hergestellt haben. Aber hier könnten wir Korrosiv Munition reinmachen. Er wird den Fernschaden mit dieser Waffe an blutenden Zielen um 10%. Ja, dafür müssten wir natürlich ein Ziel blutig machen erst mal. Ich glaub, das haben wir hier drin, ne? Ja. Ja. Aber das ist schon geil, als er jetzt mit ähm... ähm... Mit zwei... Dings drin. Das wäre natürlich geil, wenn wir hier schon ein bisschen gestiegen wären, ne? Damit wir die Perks hier zumindest... Alte 4% Fernschaden. Na, überleg mal. 4% Fernschaden und 1,5% Schwachstellenschaden. Und das erhöht sich pro Level. Das wäre schon richtig nice, Alter. Okay, ich seh grad, wir haben noch eine Minute oder zwei Minuten. In zwei Minuten schaffen wir natürlich nicht so viel. Deswegen, ähm... Ja, ich geh in meinen verdienten Feierabend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Reinschauen, wie immer. Und, ähm... Ja, ich hoffe, ich seh dich auch in der nächsten Folge. Und da lass mir gern einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich hoffe, du hast einen geilen Sommer. Ich bin froh, wenn er vorbei ist. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye. Bye. Bye.